Bechi, jetzt starte ich. Bist du bereit? Mathe, du musst es jetzt anlegen. Ja, du hörst den Motor, das hält es halt. Wird besser. Gut. Jetzt muss er Gas geben, oder? Nicht warten, aber er kommt dann schon. Er fängt zu starten. Er sagt noch, wie es geht. Dann muss er die Tasche dort unten. Dann kann ich auch mal auf dem Foto drücken, hier auf der falschen Seite. Dann muss ich immer so laufen. Okay. Jetzt ist es. Jetzt bist du auf der Strecke, bist du schon bereit? Aha. So, ich muss jetzt fahren. Ja, warten. Jetzt, erster Gang. Hörst du mich? Ja. Gas. Nein, nur erster. Nur eine. Jetzt Gas geben. Jetzt musst du erstmal wegfahren, dann musst du schalten. Genau. Mehr Gas. Gut. Jetzt gehst du da raus. Oh mein Gott. Hier vorne. Gut. Ist aber gut. Oh. 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 So, und jetzt musst du auch hier den Gas geben. Wenn du raus bist, musst du mehr Gas geben. Also schneller fährt. Und dann musst du auf der rechten Seite hochschalten. Und auf der linken Seite musst du aber schneller sein. Oh. Oh. So, und jetzt kannst du Gas geben. Jetzt musst du schneller weghalten. Jetzt musst du Gas geben. Schatz, jetzt musst du Gas geben. Yes. Oh. Kr sectler stoffen. Oh. Oder feedsnhake. Da gibt es nicht arbeiten. Das habe ichurger Ich muss genial sein. Oh. Oh. Haha. Wie hab els These flagged places? Oh, oh. Hahaha. echoes. So, Nachmanager. Haha. Joan and�ạt 여자. Espora zu versen. Jetzt musst du wieder hochschalten. Jetzt musst du auf der linken Seite runterschalten. Ja, nicht gerade den ersten Gang. Oh mein Gott, was schlecht! Geht's doch schlecht? Und hier ein bisschen Gas geben. Bist du eben durchgefahren? Du bist eben durch die Boxenstrasse durchgefahren. Das ist ein bisschen schneller. Schnell, ja. Wir füllen einfach raus. Rubi, könnt ihr dort den schwarzen Zettel ziehen? Das ist gut. Dann kannst du die Pedale erstellen. Jetzt kannst du schneller werden. Jetzt musst du schneller werden. Jetzt musst du schneller werden. Jetzt bist du wieder auf der Strecke. Jetzt musst du Gas geben. Schnell. Jetzt musst du mal Gas geben. Jetzt musst du schneller sein. Jetzt musst du mal Gas geben. Oh mein Gott. Jetzt musst du mal Gas geben. Jetzt musst du das machen. Jetzt musst du noch mehr. So. Gut. Dann kannst du einfach so kaputt. So. 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 Jetzt stehen halt im Moment alle Autos aufeinander. Jetzt kann er mal einen wegfahren. Hör doch nicht. Jetzt wird es halt ein bisschen drüber. Du musst auch mal draussen bleiben. Du musst nicht auf der Boxenstrasse fahren. Du fährst auch auf der Boxenstrasse. Du musst nicht fahren. Nein, du musst nicht auf der Boxenstrasse fahren. Du musst draussen bleiben, auf der Rennstrecke. Jetzt musst du noch mal draussen. Du fährst auch auf der Strecke. Nicht schlecht. Du musst draussen? Jetzt musst du zuerst wieder auf der Strecke raus. Draussen? Ja, fähr einfach mal. Du musst nur noch einen Zug schalten. Wo ist es draussen? Jetzt musst du schneller werden. Jetzt musst du Gas geben. Und jetzt wieder hinaufschalten. Ich habe immer einen oder anderen. Das hat sieben Gänge. So. Oh, geil. Sie hat schon rausgelebt. Ausgelebt. Hast du weiterfahren? Okay. Dann hier. Ja. Jetzt fängt man nicht auf der Strecke bleiben. Nicht mehr in die Box fahren am Schluss. Hä? Sie fährt immer durch die Boxenstrasse. Ja. 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 Gib mal ein bisschen Gas. Wo? Ein bisschen schneller. Ja. Ein bisschen schneller werden. Schneller. Gib mal Gas. Ja. 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 Du kannst aufhören. Du kannst einfach anhalten. Jetzt warst du eine Box drin. Du bist ja eh schon drin. Hä? Du bist in der Box drin. Wo? Jetzt bist du in der Box drin. Das ist A1. Da bin ich ja schon gefahren. Jetzt kannst du ihn anhalten dort auf der Seite. Ja. Bis zum ersten Gang. Hä? Bis zum ersten Gang. Jetzt kannst du überall fahren. Du kannst eine Box herfahren. So. Bömsen. Genau. So. Okay. Mach nicht mehr.